Wir haben am Anfang eine relativ naive Vorstellung gehabt, was das deutsche Bildungssystem betrifft, also geprägt durch unsere Erfahrungen als Eltern und als ehemalige Schüler hier und anderswo. Und mussten dann feststellen, dass obwohl wir sehr viele Lehrer am Anfang befragt haben, deren Begeisterung groß war, die natürlich unsere Vorstellung auch geprägt haben, unser Produkt auch mit geprägt haben, aber uns vor allem unterstützt haben in dem, was wir uns vorgenommen haben, dass die Begeisterung dann im System, in Anführungsstrichen, das heißt die Entscheidungswege bei einzelnen Schulen, die Entscheidungswege auch im Kollegium, dass das ein komplett anderer Schuh ist. Und das hat viel länger gedauert, als wir uns das ursprünglich vorgenommen haben. Und in dieser Phase, wo wir mit vielen Ministerien gesprochen haben, mit vielen Stiftungen gesprochen haben, mit allen, die sich irgendwie in diesem Umfeld bewegen und sich darum bemühen, das Bildungssystem auch nach vorne zu bringen, da sind wir, ich sage jetzt mal, gestolpert über die Ausschreibung in Uruguay und haben gesagt, das könnte ein Partner sein, der wirklich schon ein paar Jahre weiter ist, der wirklich das, was wir hier tun, schon verstehen kann und einsetzen kann. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, das in Spanische zu übersetzen und uns um diesen Tender zu bewerben. Uruguay war eines der ersten Länder, das das One Laptop-for-Child-Programm umgesetzt hat. Das heißt, die Vorstellung, jedem Kind einen Laptop in die Hand zu geben, ursprünglich mal originated MIT, Necroponte, die Vorstellung, dass man ein dummes Gerät hat, also im Wesentlichen einen Anschluss ans Internet und auf die Art und Weise Information Knowledge at your fingertips produziert. Die Idee ist ja schon sehr alt und Uruguay war eines der ersten Länder, das das umgesetzt hat, zunächst eben mit den entsprechenden Geräten. Und sie haben dann nach einiger Zeit der Nutzung, nachdem sie die logistischen Probleme bewältigt hatten, die Bandbreite etc. gemerkt, dass sie auch eine Software brauchen, die die Kinder beim Lernen unterstützt. Haben dann eine öffentliche Ausschreibung gemacht für Spanisch und für Mathematik und für Mathematik, die hat Betamax gewonnen. Und seit drei Jahren sind wir jetzt im Rollout in Uruguay und wir haben ein hohes Interesse daran, so wie dort auch die Institutionen eine Wirksamkeitsstudie zu machen und sagen zu können, wie führt man es idealerweise ein und was ist das Ergebnis. Ich denke, das dauert noch eine Weile, die wollen noch höhere Nutzungszahlen erreichen und obwohl das eine Institution ist, die sehr stark verankert ist, müssen auch die diesen Rollout wirklich betreiben. Das ist nichts, was von alleine passiert. Sie brauchen viele Engagierte, die ausbilden, weiterbilden, die anderen Kollegen davon erzählen und das passiert eben gerade. Also Betamax versucht in der Schule das Mathe-Lernen leichter zu machen und zwar sowohl für Schüler wie auch für Lehrer. Das machen wir heute in unterschiedlichen Ländern, in Uruguay, in Deutschland, in Holland, in kleinem Stil auch in Mexiko und demnächst hoffentlich auch in UK. Wir machen es mit ganz unterschiedlichen Einsatzszenarien. Es gibt Lehrer, die uns mit einer Laptop-Klasse nutzen können. Es gibt die One-Laptop-Per-Child-Aufstellung. Es gibt es auch als alleiniges Hausaufgabentool. Und wir bedienen unterschiedliche technische Voraussetzungen. Eben Schulen, die eine einfache Anbindung haben, wo es zu Hause genutzt wird, offline, online und natürlich auch für Schulen, die das Ganze mit Bring Your Own Device abwickeln. Am Anfang haben wir sehr viel über das didaktische Konzept diskutiert und haben uns auch mit Experten unterhalten, mit Hirnforschern unterhalten, mit anderen Mathematikexperten unterhalten, um uns ein Bild darüber zu schaffen, ob wir einen ruhigen Auftritt, den wir jetzt haben, wählen wollen oder ob wir, ich sage mal plattgesprochen, heißt das ja Clicky-Bunty, also Gamification und viele andere Formate integrieren wollen. Wir haben uns dann bewusst für das heute sehr nüchterne Arbeitsblatt entschieden. Wir haben lange Diskussionen zwischen den Lehrern gehabt, wie viele Fehler sollte man machen können, wie ist die Reaktion auf diese Fehler, nicht in dem mathematischen Kommentar, sondern auch, sprechen wir Fehler aus, sagen wir Nein oder versuchen wir nur ermunternd zu sein. Fehler gibt es nicht. Da können Pädagogen auch sehr lange drüber diskutieren. Und ich sage mal, das sind mehr so die Wegweiser am Anfang gewesen. Heute ist es so, dass da eine Truppe ist, die in einem sehr agilen Entwicklungsprozess, in ihrem Daily die Post-its an die Wand packt und sagt, so, was ist jetzt das, was wir für welchen Partner brauchen? Wo haben wir aus den Feedbacks der Nutzer was über einzelne Aufgaben gelernt? Was wollen wir verändern? Was nehmen wir uns für die nächste Woche vor? Dieser Dialog findet, so wie in vielen anderen Internetunternehmen hier in Berlin und auf der Welt, jeden Tag statt. Und dadurch kriegen wir fast jeden Tag neue Dinge online und lernen auch immer sehr schnell, was funktioniert bei den Nutzern, was ist für unsere Partner nachvollziehbar und entwickeln Betamarks eben von Tag zu Tag weiter.